ARD Text im Auftrag von Funk Okay, würde ich sagen, geht mal einen zurück. Oh, wollen wir jetzt erst meine Tasten? Ja, du hast ein Spiel geladen. Nein? Nein! Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Projekt. Wir spielen heute Star Wars, Lego Star Wars, das Erwachen der Macht. Ähm, zusammen mit Leander auf Steam. Gar nicht umständlich. Und ich habe gerade A mit B vertauscht, weil ich ja dem Switch-Controller gewohnt bin. Oh mein Gott. Egal. Klar, dafür seht ihr jetzt leider nicht den Start-Bildschirm-Menü-Dings, aber das passt. Ist auf jeden Fall praktisch. Mhm. Andere zeigen so das ganze Spiel während er startet. Wir zeigen nur so die... Wir zeigen das Ende zuerst. Tja. Ja, also ich kam hierfür überhaupt nicht aus. Ähm, zwei, drei Missionen gespielt und er hat das irgendwie... Keine Ahnung, ob er das durchgebildet hat. Tja. Wir wollen nicht spoilern. Genau. Und ich habe aus Versehen meinen Controller kaputt, das ist auch gut. Mein USB-Ding. Genau, und wir sind jetzt bei den Ereignissen von Episode... ...Sechs... Hm. Okay, gut. Das war gefährlich. Ganz knapp, Toni. Ganz gefährlich. Ich will immer sagen, dass der neueste Film der zehnte ist, aber das stimmt ja gar nicht. Und das triggert mich. Ja. Oh, netter Todesstern 2. Nett, nett. Oh, äh... Oh mein Gott, ähm... Oh mein Gott, ähm... Oh... Das... Komm noch, ähm... Komm immer noch ein Neues. Jetzt ist er auf dem Stuhl, Count Dooku. Äh... Oh mein Gott, mein Svindu... Mein Svindu ist jetzt heimlich. Mein Svindu hat überlebt. Er wird zum Imperator. Ihr irrt euch diesmal gewaltig. Denn ich könnte nicht bekehren wie als mein Vater. Es ist sinnlos, Widerstand zu leisten, mein Sohn. Ich glaube, die Svindu haben sich geändert. Das ist eine Theorie. Ja, aber vom Imperator nicht. Ja. Imperator. Oh nein, die Rebellenflotte. Oh. Also ich würd sagen, die Rebellenflotte macht jetzt das Star Wars Battlefront 2. Kommando. Oh, das ist deine Falle. Hm, hättet ihr den Fisch in die Tasse? Nice. Lecker. Ich muss auf dem Monitor erscheinen. Ob aktiviert oder nicht. Aber warum hat der geht, Doru? Ja, würde ich auch sagen. Ja, würde ich auch sagen. Stach. Das wird kommen. Angriffe abbrechen. Schild noch aktiv. Oh. Warum haben die alle Kekse? Tja, jetzt hat's schreibt. 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 Tja, 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 tja. Tja, 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 tja. Tja, 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 tja ich bin natürlich warum auch immer ich an so bin ich hoffe dass ich am besten du warte mal drückst du mal eine Taste jetzt. Nein nein auf WSD. Hast du? W? Dann ist es dumm. Jetzt musst du Rücktaste drücken. Gehts jetzt? Ja. Erstmal Prinzessin Leer töten. Ich glaube dass ihr gleich den sieben gebringt. Wie anfangen kann ich tatsächlich. Nicht für dich, weil ich schon gespielt, aber den Rest nicht. Ich hab gehört dass wir das Spiel legit 100% durchspielen. Ja. Wir werden jetzt erstmal versuchen alles zu zerstören was es nur gibt. Und dann muss ich aufzuringen dass wir die Charaktere nicht haben. Wow Jedi. Ja genau. Ja das kriegen wir locker. Das ist eigentlich sehr easy. Nach meinem Spielstil. Weil ich hau wirklich jeden scheiß kaputt. Nee das ist ein ATSD. Mhm. Ich hoffe das ist ein ATSD. Ja. Jetzt wir keinen Fehler machen. Oder ist es ein ATSD? Nein ich glaube nicht. Nein. Es ist auch kein ATSD. Es ist glaube ich ein ATSD oder ein ATSD. Ja keine Ahnung. ATSD und ein ATSD ist der Fette. Ich glaub du brauchst das einfach mal. Weil es liegt meine Taste dafür nicht kenne. Ja baue erstmal das rechts ne? Du bist da durchgelaufen. Boah erstmal rechts. Nein. Was? Erstmal rechts. Erstmal rechts. Erstmal rechts. So egal wo 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 wo. Nein dann ist nicht egal. Rechts sind äh Sachen. Achso wegen der Medi-Kid. Ja das brauchen wir. Äh. Was ist Minikid? Medi-Kid? Keine Ahnung. Ich bin irritierend. Das Team Midi-Kid? Team Midi-Kid? Midi-Kloriana-Kid. Tja. Ja. Nices. Nices T. Das mit dem Spiel-Spring-Spring-Spring-Spring-Spring-Spring wird noch äh witzig werden. Am besten, wir sollten immer versuchen, ein bisschen zusammen zu bleiben. Ich hoffe, ich darf mal ganz kurz was probieren. Ich hoffe, du bist noch im Spiel drin, ne? Ja. Vielleicht sehr gut. Ich auch. Ich habe eben kurz eingestellt, dass es bei mir ein bisschen schneller läuft. Hoffentlich einfach mal. Jetzt haben wir den Go. Wir können jetzt Kinderarbeit nutzen. Ja genau, das ist unsere Fähigkeit. Um weiterzukommen. Oh, hier ist noch ein Rotterstein. Alles war Teil meines Plans, um Solo zu werden. Und zu sterben. So wie im neuesten Film. Ne, ich glaube nicht. Was ist der Leuchter? Ja. Ähm. Oh. Ich will mir mal kurz dieses rote Ding da. Ich will einfach mal die Seite hier fertig machen. Na, der hat den Herrn verloren. Ich hoffe, du kriegst das da oben hin. Hast du, hast du die Seite schon gemacht? Oh. Du warst da oben schon. Ja, wir müssen jetzt hier machen. Jetzt steppt er. Ja. Der Salafist greift an. Ja. 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 Ich bin mal gespannt, wie das im Korb aussieht. Ah, Hilfe. Das ist einfach so ein fucking Shooter. Ähm. Und dann dort PDF. Wo man irgendwie zieren und schießen muss. Ist einfach, ähm, wie hieß das? Dieses, ähm, mit dieser... Morphoon? Ja, Morphoon. Keine Ahnung. Ist ein weird. Von mir ist es gar nicht umständlich mit der Top-Tour. Hm. Achso. Du hast keine Maus. Z. Ich muss Z und H drücken. Maus hast du nicht, ne? Nein. Oh. Das ist wirklich schade. Ah, wir haben das geschafft. Hm. Macht ja eigentlich nur nicht sehr einfach. Jetzt haben wir schon gewonnen. Wir verändern das mal ab. Oh, ähm. We have. Wer wird Millionär? Wir haben gewonnen. Hahaha. Wir sind Millionäre. Schön alles einsammeln hier. Wir brauchen jeden Cent. Damit wir uns auch so ne... Wohnung leisten können. So ein Haus wie Bibi. Weil... Wir brauchen auch 40 Einbauschränke. Ja. Aber... Wir brauchen auch 40 Einbauschränke. reingebaut irgendwie. Richtig dumm irgendwie. So... Keine Ahnung. Schön, dass wir übrigens über Bibi reden in dem Video hier. Ich hoffe, dass... Haha. Von YouTube. Ähm. Aber ich guck sie nicht. Deswegen ist es auch egal. Denn ähm... Ich wurde rausgetabt auf einmal irgendeine Nachricht von irgendein Swam. Ähm... Okay. Ähm... Ich hoffe, ich werde trotzdem einfach alle Kids kriegen. Und... Kids Weeks machen. Ich grünen auch vier Leute für diese Bombenstimme. Du kannst sehen, weil ich die R2D zu eingesperrt irgendwo. Ähm... Möglicherweise befreien wir ihn jetzt. Hm. Hm. Okay. Kann ich nur das... Nur das bauen? Warte mal. Und jetzt ist es äh... Vergleich. Oh! Du musst den Bombenstamm jetzt weg springen. Mhm. Okay. 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 Bitte nicht crashen. Okay, das war ein nechster Lag. Ich hoffe, du bist nicht da. Ähm... Okay. Der R2D zu. Hm. Eine R2 halt. Oh, ähm... GG. Was willst du denn jetzt für Tante, Alter? Haha. Guts. Haha. Wow. Nice. Was ist denn jetzt für Tante, Alter? Was ist denn ein Hacking-Medien hier? Was auf unbestimmen Gründen mit Spliffiness? Haha. Stimmt. Das ist wirklich extrem einfach. Oh, ich hasse das. Die Hände sind auf der Kacke. Loslassen! Ähm... Und hier bin wir dicht. Haha. Du wirst ihn haben. Oh. Oh. Nett. Cool-Tem-Events, die ich nicht machen kann. Aber dafür bin ich trotzdem in einem ETS-D. Was ist denn hier das da unten beschießen? Mhm. Die Dinger gehen kaputt, wenn man lange drauf schießt. Was man damit sich verstehen muss, weil in einem anderen Kriegen kann, braucht man mit einem Laser für. Für goldene Sachen. Aber okay. Ich hinterfrag's nicht. Wir haben gleich die 100% hier, ja? Stimmt. Und wir sind nicht mal ganz durch, ne? Es kommt ja gleich noch eine Extra-Passage. Mhm. Wo man auch nochmal welche hat. Ich glaub, das war's, oder? Ich geh noch ganz bisschen. Okay, jetzt müssen wir uns gleich holen. Mhm. Ich merke, das ist bei mir mit dem rechten Joystick, äh, die ich ein bisschen drängen kann, aber es hilft da ja nicht so viel. Mit der Passage. Okay, dann lass mal, ähm... Ja, genau. Mhm. Hm. So viel dazu. Ich glaub, was soll denn sagen, den Leute irgendwie hier? Ich hab das noch. Ja. 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 Perfekt. Oh, nice. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Hmm, ich sollte mal gucken, was es hier noch so gibt. Ja, wir sind leider extrem langsam, das ist mir ein bisschen fliegert. Irgendwas beschießt mich. Hmm, wo ein anderer ist, die ersten. Ja, so krieg ich noch was da. Ja, ich bin gestorben. Ach, das können wir nicht. Das ist ja derselbe. Okay, ich glaub mehr ist hier leider nicht. Mhm. Ich find's interessant, dass sich dieses Rad die ganze Zeit hinten dreht. Ja. Ich glaube irgendwie beim Leg, wofür das eigentlich gut ist. Aber ich glaube nicht, dass es das sonst gibt, so. Oh. Ich glaube nicht, das ist ein bisschen Luxus, auch unendlich. Oh. 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 Am besten muss alle goldenen Sachen kaputt dann nicht. Versuchen derzeit hier müssen umzulaufen. Oh. Und das ist das Problem. Oh. 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 Wir müssen hier C3PO töten. Wieso ist er da oben? Hier unten. Oh, man reitet es nicht, GG. Wer ist eigentlich die Anführerin des... Wer ist Anführer des Widerstands? Oder bin ich das hier? Äh, des Widerstands, ja. Der Rebellion hier halt in dem Fall, aber... Mein Gott! Dieser Kekko ist an beiden. Das ist wieder eine. Was ist dann da? Oh, eigentlich ist das... Oh. Okay, welches Ende wollen wir hier machen? Haha, denn wir können irgendwie die Tür auf eine Art oder auf die andere aufmachen. Das ist sehr interessant. Ja. Aber dieses hier, okay. Ist das sowas noch drin? Ha! Ja. Jetzt wollen wir mal gucken, was da ist noch sowas. Ja, und die sind abgelenkt und dann können wir rein. Das ist, was die Loreline sagt. Haha. Mit dem Besen. Schienen anflogen. Hier finden wir das alles noch ein bisschen... dramatischer. So viele! Oh! Nice. Der Laserkampf vom Todesstern. Noch ein Schritt schon noch? Alles, was sich bisher zugetragen hat, ist nach meinem Plan geschehen. Hm. Auch du, genau wie dein Vater, gehörst und bist mir. Er ist Zuhälter. Die gute Seite, der Mord. Tja. Gut. Lass deinen Aggressionen freien Lauf, mein Junge. Ich kämpfe nicht mit dir, Vater. Ja. Hm? Ja, das ist Picasso. Tja. Ich bin da hinten drin. Ja. Und jetzt haben wir dich weiter. Und töten alle. Wenn du dich nicht bekehren lässt, werde ich dich vernichten. Ach. Ok, wir sind jetzt hier in der netten kleinen Drücke, ich hab keine Ahnung. Jetzt haben wir zwei Seiten hier gemacht, die eine ist für deine Macht, die andere für meine. Ja? Mhm. Dadurch stirbt er am Ende. Er hängt. Jaaa. Jaaa. Hm. Hm. Nice. Hey. Rähert. Wirklich abgehoben von ihnen. Hm. Wie ist dein Gott? Hm. Jetzt auf einmal so ein Assassin's Creed Odyssey Teil. Hm. So irgendwelchen super Fähigkeiten. Hm. 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 Nein. Hm. Hm. Er macht sich einfach so auf, Junge. Ich hatte fast verkackt. Ich hab's schon nie gedrückt. Oh, jetzt. Ich hab mich sogar auf Tolle hier. USK 28. Ja, wie kann man das überlegen? Temperatur... Klamass. Luke, hilf mir, die Maske abzusetzen. Oh! Tja! Ähm... Jetzt. Geh, mein Sohn. Verlass mich. Nein, ich muss dich retten. Das hast du bereits getan, Luke. Tja, arbeitslos. Konfirmt. Oh! Defektorschild deaktiviert. Hauptreaktor des Todessterns angreifen. Jetzt gibt's ein letztes Fluglevel. Nein. Stimmt, das ist ziemlich lang. Gruppe Rot, Gruppe Gold, alle Kämpfer von mir. Oh! Das Fliegen ist nicht in der Kontrolle. Das kann man nicht... Wir müssen alles kaputt machen, Toni. Ganz wichtig. Wir brauchen die... Dinger hier. Oh, ja. Ich bin der X-Führer gelacht. Oh, Gott. Das ist unglücklich. Ich sag's nicht nicht. Ich sitze den Film hin zu räumen, man sieht fast... Kann fast gar in Deutschland schalten. Eh... Also jetzt den, den... Man schießt auf alles was dich bewegt. ...den Originals. Es ist wirklich schön das nachzuverfolgen. Ähm, okay... Schluss, ähm... Da passt die stärkste Energiequelle als Ziel, das sollte der Generator sein. Vor mir, Augen auf, es könnte sehr schnell dering werden. Du bist vor mir, hinter dir, ja. Krass. Wirst du Gegenmaßnahme da irgendwas einsetzen, oder? Oh, da war grad dieses Ding. Oh, ja. Ich weiß nicht, wieso das Geräusche kamen. Oder nicht. Kann ich mir in die Hand schießen, sonst fack ich ein bisschen ab. Da ist er! Okay, nice. Bisschen Statsfarm, würde ich sagen. Haha. Und jetzt kann ein bisschen viel Schleid machen hier. Gut Krieger. Okay. Okay. Jetzt erpasst den Generator als Ziel! Und schieß! Hm. Rote Arbeit, General. Einer hiesig der Todessternsweiß der Kettbauer schon kommen aus. Weiter schieß! Okay, nice. Haha. Und wie schafft er das rechtzeitig raus? Zu zweit? Hm. Ja, mit seinen Keksen, Alter. Ja. Zurück auf nur einen Chef raus, wo bin ich? Oh. Haha. Perfekt. Und der Imperator muss eigentlich auch noch überlebt haben, weil der einfach fucking gay ist. Aber das ist ja irgendwie gut. Und zwar in die all ihre Dance-Party und da kommen irgendwelche Machtgeister. Kleiner Spoiler. Ja! Hm. 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 Schau mal einigen können. Ok. Nice. Tjaaa. Haha. Oh. Er hat alle verarscht. Einfach in Wirklichkeit auf dem Imperator. Lieg. Ja, also das war's mit der ersten Mission, die absolut nichts mit Force Awakens zu tun hat. Sondern einfach nur der Film ist. Hm. Tja. Wir haben dezent viel Geld bekommen. Oh ja. Wir haben irgendeinen roten Stein. Hm. Wir haben ziemlich viel, ähm, geschafft. Das ist eine DSD, 100 Pro. Ähm, auch wenn wir das nicht sehen können, aber ja. Und zwar haben wir noch richtig, richtig, richtig viel durch DLCs. Deswegen haben wir auch noch so, äh, die Slave vorn, wie ich erzähle. Und ein paar andere Schubbchen. Interessant, dass es hier alle gibt. Ja. Einfach schon 80 Grad her durch die DLCs. WTF? WTF? Warum geht es denn so viel durch die DLCs? Hm. Was ist tatsächlich nicht? Dann haben doch alle nichts mit den Filmen zu tun. WTF? WTF? Aber egal. Ja, da sind auch ein paar von Clone Wars und so. Und Rabbids. Ja. Der ist einfach... Hier ist einfach fucking, äh... Commander Cody Rex und so gewesen, wenn ich gerade richtig geguckt habe. DEV! Okay. Tja. Und dieser eine andere Typ. Das Name ich einfach gerade wieder spontan vergessen habe. Poe Dameron. Den Widerstand. Aber wir sind einfach wieder zurückgekehrt. Dafür ist jetzt keine Zeit. Und dafür ist jetzt auch alles erzählt. Wir haben eine neue Mission. Von höchster Priorität. Sie müssen sofort nach Jakku. Dort erwarten Sie wichtige Informationen. Briefing gibt es unterwegs. Was für eine Quasselstürme. So. Jetzt dürfen wir uns mal bewegen. Wieder. Ein bisschen. Ein bisschen. Tja. Ich würde dir aber vorschlagen... Die zweite Mission... Sieht man im nächsten Teil. Part 2. Genau. Deswegen würde ich sagen... Wenn mich mit Dinah zieht eine kleine Folge. Die bestimmt nicht lange geht. Und... Wir hören uns dann... In der zweiten Folge... Von... Ich muss kurz mal irgendwie... Wo bist du denn? Hä? Ich bin hinter dir Ja, cool, dass das Blödsinn einfach trotzdem da ist Aber egal Dann würde ich sagen, sehen wir zu der nächsten Folge Und tschau Leute Motto, ich bin beacht Da-da-da